Und herzlich Willkommen zur zweiten Runde Antic Statsbush mit Broody. Wen denn noch sonst? Du hast sonst keine Freunde. Stimmt. Das Loch zu machen. 2 Rob. Ja, ich bin nicht durchgefallen, aber passt. Wir brauchen nicht hochbauen, weil es war eine Scheiße. Rolls Antic Rushes. Hier soll nur gerasht werden und pushen. Agro Dunkel, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ne, der macht ja momentan so eine Serie, ne? Road to Top 10 in Skywars, ne? Ja. Dann spielt der so Maps bei Road to Top 10, er hackt einfach. Ne, Server hat gelegt, Server hat gelegt 2. Achso. Hast du Gold? Du weißt, warum? Ja, ne, nur 2. Hier. Ich hab sie da hingedroppt. Ja, ich hab die Gold. So, du hast jetzt 6 Gold, ne? Viel Spaß. Tschüss. So. Tschüss. So. Sturmi FNA kenn ich doch nicht. Alter, wie hab ich das überlebt? Wir haben Sturmi FNA ist ne Runde. Wir haben... Wie hab ich das überlebt? Keine Ahnung, Sturmi FNA ist ne Runde. Wer who the fuck is Sturmi FNA? Das ist ne voll coole Freunde. Alles klar. Und die ist gar nicht so schlecht. Und ja, es ist wirklich für sie. Ja, die hat mir gerade die Kombo gedrückt, als der Server so gelegt hat. Deswegen hab ich gedacht, sie wär Hackerin, aber... Ich hab nochmal 4 Gold. Pass auf, die baut OP-Weg zu uns, gell? Ich hab dir 4 Gold hingedroppt. Oh, danke. Kann ich mir jetzt noch ein Eisenschwert machen? So. Und zwar eine mal gegen die... Äh, ich hab's rote... Ich hab's rote Bett. Okay, nice. Das heißt, sie wird jetzt sehr wahrscheinlich zu uns kommen, ne? Wegen Rache und so. Anders? Joa. Ja, sie ist da. Sie baut OP-Weg. Nicht mehr lange. Soll ich runterspringen? Nö, nö, nö. Ich komm ansonsten von hinten halt. Soll, Cotty. Ciao. Oh, die hat sogar noch Block-Emergy geschafft. Hallo, Cotty. Hi. Ich hol mir den letzten Game, gell? Ja, ich baue... Okay. Dann baue ich halt von unten den Weg. Ich komm mit runter. Hi. Wow, ich hab genau einen Platz in der Friendness frei. Weil mich gerade einer removed hat. Oh, wer denn? Äh, verschlafen. Bestimmt jemand, der dich nicht mag. Ey, der Gelbe läuft einfach runter. Er denkt sich so stark live, bro. Also bis der Resport. So. Das war's mit der Zeitenrunde. Pysch, 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 pysch. Joa. Warte. Ja. Push. Okay.